Der hat etwa Trillinge, willkommen! Mann, 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 Mann. Und damit hallo zu diesem Video. Wir bauen heute die Base aus, das wird jetzt alles richtig ordentlich. Und danach habe ich einen Raid of Vagoo Ero gefunden. Die Verteidiger sind online, haben Turrets, das dürfte also interessant werden. Bei mir sind 8000 Grad im Zimmer. Ich habe schon überlegt, ob ich mich in so einen kleinen Babyplanche-Pool setze, um meine Videos zu schneiden. Denn das wäre die einzige Möglichkeit, wie das auszuhalten wäre. Aber für euch ziehe ich das hier durch. Ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen angenehmer, wenn ihr das Video schaut. Seid ihr schon im Urlaub oder quält ihr euch noch durch den Alltag? Ich mache demnächst auch Urlaub. Dann wird es auch mindestens zwei Wochen lang hier keine Videos geben. Sozusagen so eine Art Sommerpause. Aber jetzt geht es erstmal hier los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Äh, die sind aber irgendwie davon gerannt. Aber ich habe so gedacht, äh, dreimal Hering? Da war doch nur ein Ei. Ja. Aber die sind auch endlich bei 92 Prozent, die Riesenviecher. Gott sei Dank. Dann können wir richtig schön in den Farm gehen. Metal-Farm. Es wird so anders werden, so anders wild. Aber hat er hübsch gebaut. Wow, das sieht sehr gut aus und auch sehr praktisch. Ich war jetzt nicht mehr, weil ich jetzt, ja. Männer sind, äh, und Frauen auch. Überleg dir das mal. Ich mache jetzt nur gerade einmal von den Flak-Teilen jeweils zehn. Schwul-Chest-Zender. Dann laufen wir wenigstens nicht mehr so Prim-Zeug rum. Wir brauchen halt unbedingt dann, ähm, Pump. Ja, irgendeine Waffe halt. Aber vorher hat Alex gerade auch gemeint, so, ja, irgendwas zu fighten, wäre jetzt mal gut. Ich weiß jetzt halt nicht, wie, wie sein Konzept dieser Base so ist, aber... Konzept, ja. Ich lache nicht. Also nicht, dass die Base schlecht wäre, aber... Alle wollen immer riesen, schicke, tolle, übelgeile Basen. Geht manchmal nicht. Manchmal ist das alles, was da ist. Ehrlich, was ich gesehen habe, die gesamten Caves, weißt du, so alles mit 6x Damage haben die gestern schon einfach gerund, gegrable-glitcht, was weiß ich. Wir können so froh sein, dass wir hier sind, aus der Perspektive, weil sonst würden wir mit den Turrets, die wir haben, nicht sterben. Ja, vergiss es. Ey, ich bin jetzt auch Level 99. Wow, echt jetzt? Tinto-Beeren haben wir auch dazu, aber ich koche jetzt erstmal Mad Brew, ganz wichtig. Wo am Metal-In gibt's denn alle? No, geil. Oh, zu länger! Kannst du die Turrets noch machen? Gibt's nicht Slash-Turrets on und so? Boop, gibt's nicht. Ehrlich nicht. Ja, okay, du kannst los, ich bin ja schnell bei dir. So, jetzt gucken wir mal, wie viel der da rausholt. Weiß nicht, wenn du Transfer-Tour hast, kannst du mich halt auch immer einfach leerziehen und... Ja, aber du hast eine bestimmte Range. Musst kurz Bolo rauswählen und so. So wie Nameless! Boah, Isa, ich glaube, du bist berühmt. Ja. Okay, go! Yo! Tschüss! Ihr Fans, ich komme bald wieder, aber heute gibt's keine Autogramme mehr. Keine Autogrammstunde. Nee. Schade, Isa. Du bist berühmt. Dankeschön. Isa, der Sohn kann man graben. Ja. Sehr gut. Das wird nicht in die eine Indie-Forge gehen. Ich glaube eben auch nicht. Ich habe alles nach Hause gebracht und abgeladen und an dem Tag war für mich Schluss. Ich bin dann nämlich nur ins Kino gegangen. Meine Mates haben noch ein bisschen weiter gemacht und als ich mich am nächsten Tag dann eingeloggt habe, also am Sonntag, habe ich das hier gesehen. Hallöchen! Tag Nummer drei. Das ist Sonntag, ja. Und es gibt eine Base-Tour. Nee, guck mal, hier ist ein Elevator. Wofür ist denn der Elevator? Geh mal drauf. Ja, wie gehe ich aber nicht da? Ach. WTF. Als ob... Wie geil hast du das Ding gebaut, meine Fresse, Alter? Echt lange gehabt, aber es ging. Alter, guck doch hier das an! Der ist ja Monster-Maschine, Alter, wirklich. Das ist ein Feld gemacht. Ohne Mist. Sieht richtig geil aus. Sie sind auch halt Bullets-Farm. Ich bin jetzt gerade auf Crystal. Mhm. Äh, willst du gleich Mannequins noch rüberbringen? Mhm. Hey. Soll ich die Mannequins hier oben hinstellen? Ja. Ja. Ach, hattest du einen dabei? Mhm. Einer ist ein bisschen zu wenig. Ich wollte jetzt so zwei, drei voll machen, aber habe verpeilt, dass ich die anderen vergessen habe. Beim Farm habe ich erfahren, dass es Stuts gibt und die habe ich mir erst mal angeschaut. Ich habe drei Player-Kids. Easy. Mhm. Und einen Tod durch den Player. Aber gestern. Ja, wir sollten halt mal so ein Elebiom heute mitnehmen haben. Elebiom ist hier übelst schlecht. Echt? Mhm. Kacke. Okay. Mad Pro hatte ich gestern schon gekocht. Hast du das gesehen? Mhm. Aber der Kühlschrank ist irgendwie despawned. Was? Ja, der Kühlschrank ist einfach despawned. Was ist der Zweck? Nein. Alter, war die ganze Mad Pro drin? Ich weiss. Einfach weg. Ich bin so heute online gekommen. Und ich so. Ja, Polyfeld. Ich so. Boah, das kann gar nicht sein. Ich habe gestern 20k gefallt. Ja, Mann. Und dann schaue ich so. Dann schaue ich so. Ach, nein. Kühlschrank einfach despawned. Ich so. Ich weiss, ob es sowas gibt. Die kann in den Kühlschrank despawnen. Oh mein Gott. Gut, dass wir nicht die Cryos mehr da drin hatten. Ja, ja. Tell dir vor. Oh mein Gott. Okay, ich dachte, da hätte man so gequittet, oder? Alle Tiere weg. Der Kühlschrank despawned ist. Zahlt das StegoEye auch. 5 HP. Jemand zweimal die schlechten Werte übernommen. Was ist denn mit euch? Du wirst jetzt genettet. Und ich habe sogar es genettet und nicht mein Pladi. Obwohl es genau innen dran stand. Geil. Weil jetzt werde ich gleich von einem Schwarm angegriffen. Und ein Bronto läuft genau da. Also du musst dir vorstellen, mein Pladi steht auf dem Daeodon. Und ein Bronto läuft auch noch genau da drüber. Hast du die Chance, dass ich den Pladi oder den Bronto treffe, statt das Schwein? Ist da? Und fällt euch hier was auf? Weil die Kamera ist einfach hängen geblieben und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe Stunden über Stunden mit diesem Kamerabild aufgenommen. Stirb jetzt. Mann ey. Uhu. A post. Ja hier. So, das Schwein ist male. Jetzt freue ich nur noch ein Vieh mehr. Dann haben wir ein Schweinepaar. Schweine-Dudes. So, hier ist ein 55er-Vieh-Mail. Das nehme ich. Fertig. Reicht. Mann ist gut genug. Ja, du wirst jetzt Schweinefrau. Du musst jetzt gleich 8000 Baby-Schweine machen, ja. 8000? Ja, Mann. Ich muss ja ganz viel Stegos hochheilen, ja. Während ich auf Schweinejagd war, hat Alex in der Zwischenzeit des Mordes besorgt. Boah, hier hat einer 46 Millie. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Gott sei Dank, ist es stehen geblieben. So, jetzt muss man die Daumen drücken, dass er ein gutes Foodstudy übernommen wird. Wo ist er, ja? Er ist irgendwo. Ich glaube, er schießt jetzt gerade mein Spino an. Da vorne ist er. Die sind? Ist weggebrochen, glaube ich. Ne, ne, er ist hier unten, er ist hier unten. Ist direkt bei mir. Oh ja, da sind Truds, deswegen. Okay, der hat eine Cliff. Ich hatte es mir gedacht, weiss, wenn er so runter geht. Da ist eine Cliff. Wo ist Peter? Keine Ahnung, da stehen, glaube ich, Stegos und Peter. Wo ist Peter? Peter ist auf mein Guero. Da steht ein fast toter Reaper, ein Juvenile Reaper von Rassismus. Ich habe eine Butze entdeckt, ich habe eine Butze entdeckt. Oh mein Gott, die hat zwei Normals, wir müssen die sofort raiden. Zwei Normals? Ja, ist easy. Ja, also ich sehe zwei Normals, eine Wyvern. Und ich habe den nur anhand der Tiere gefunden. Okay, 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 okay. Das machen wir direkt, Alter. Besser geht's nicht. Au, 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 au. Also nicht hier rein, sondern halt von oben rein, ne? Ja. Direkt neben der Reaper links geht's runter. Da habe ich noch nie gesehen hier, dass das bebaut ist. Hätte ich auch nicht gefunden. Als ob du da einen Jenny hinkriegst. Ja. Oh Gott. Wie, ganz schnell tue ich es. Es leckt wie Sau, wirklich. Es ist aber leckt so. Hör die Rieden, Alter. Oh mein Gott, ja. Mach an, mach an, mach an, mach an, mach an. Oh, mach an. Als ob die nicht kapiert haben, dass wir da sind. Nein. Nein. Wie viele Wyverns hast du denn da? Psst, hier. Und hier. Die haben gecheckt, dass wir da sind. Oh, lecker, Alter. Wait, what hat er gesagt? Oh mein Gott. Die Portion, die Portion, die Portion. Ich kann gar nichts pushen. Haben die Stegos? Ja, ja, hier ist ein Stego. Ich habe die Wyvern genettet. Weivern ist auch tot. Okay, Stego, Stego. Ja, ja, ja. Klicke dein Stego da rein. Ja, ja, ich wollte nur quicks die Wyvern killen. Okay. Die Stego sind im Stego drin. Ja, 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 ja. Äh. Danke. Raketen, Raketen. Alter, ich habe so viel Zeug dabei, Mann. Ja, ich auch. Zieht auf jeden Fall Flak an, ne? Danke, danke, danke. Cake. Okay. Soll ich dich pre-netten? Lass mal pre-netten. Warte. Ja. Hast du einen Cutter ja, ne? Ja. Mal Rockets in die Hand nehmen. Mhm. Und dann direkt rein da. Nachladen. Als ob die in Game einfach labern, Mann. Die haben gar nicht mit uns geredet. Nein. Ich dachte erst die... Ohne Mist. Ich dachte, was sonst das? Oh, rein. Okay, let's go. Es ist groß und da fiel. Voll. Ich stehe in Mesh. Ich kann keine Rockets raus schicken, weil ich in Mesh stehe. Eins ist weg hier. Ist noch das Heavy bei dir, ja? Alles aus. Alles aus. Schieß drauf, schieß drauf. Einer ist gut. Sehr gut. Heavy ist hinweg. Einer versucht durchzuziehen. Och, die Schlocke in Verstehung. Einer ist oben, oben. Ja. Kommt der an den Turtles vorbei? Hast du ihn? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr gut. Uff, Digga. Okay, ich geh rein. Ich gucke, ob da noch Betten stehen. Hat er was mitgenommen? Ja, er hat die ganzen Tapes, er hat die ganzen Tapes mitgenommen. Oh mein Gott, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Okay, Betten sind alle weg. Nice, nice. Weiß, ja, der hatte auch noch alles mögliche hier. Geil, geil, geil. Sehr schön, nice, ey. Ohne Mist, aber Betten sind keine mehr. Sie dürften nicht mehr wiederkommen. Hat er einen Maving? Wenn, dann kannst du gleich das Baby mitnehmen. Nein, der hat keinen Maving. Die haben über viel Maving, ich hoffe, die haben nicht so viel Maving. I don't know. Oh, der riepelt wieder halt. Äh, ich geh kurz rüber, travel und holen Maving. Mhm, ja, ja. Oder keine im Upload. Alter, ja, die haben richtig viel. Wir brauchen eben mehr Maving hier zum Maving wegbringen dann. Richtig viel, auch Metal, alles. Auf jeden Fall gelohnt. Und das C4 hast du ja noch, ne, zum Sprengen dann. Ja, ja, C4 habe ich noch. Okay, sehr gut. Ja, die haben auch richtig Zündpulver und alles. Die hat noch Bierfässer stehen, ey. Wir noch nicht, Mann. Ah, wir noch nicht. Nee. Können wir ja auch heute machen. Ja. Die Indie müssen wir auf jeden Fall auch sprengen, da wird bestimmt ordentlich was drin sein. Nee, war der. Gut, das ganze Metal war halt schon wahrscheinlich oben, ne. Ah, ja. Hat die so viele Turrets hier? Ja, ja. Ja, jetzt ob, Alter. Ich sehe das jetzt erst, wie viele Turrets es eigentlich waren. Haben die versucht zu netten, ja? Haben die das? Nein, die haben es nicht versucht. Vielleicht haben sie es gesehen, dass wir pre-netten haben. Oder vielleicht hatten sie gerade nicht. Lamentis, Pipi und Krompon nochmal. Was? Geil. Ja. Lamentis, Pipi ist gut. Krompon haben wir die bessere. Alter, hier oben der Typ. Was ist denn mit dem? Ich habe den noch gar nicht gelootet, den du vorhin hier... Uff, der hat ja acht Milliarden Kryokapseln dabei. Ja. Was? Boah, zwei Turrets. Wieso hatten die zwei Turrets? Einen Stegosattel? Die waren gerade am aufbauen. Als ich hier war, hatten die auch noch nicht so viel. Also wirklich, die haben die Turrets, die du jetzt gesehen hast, auch erst gestellt, ne? Die haben hier safe so gedacht, ja, wo bauen wir? Ja, irgendwo, wo man halt versteckt ist und so. Und dann kommt so eine Isa. Ja. Und findet auch die Tiere. Dann stellt halt die Tiere nicht oben drauf, ja? Narkotik ist das auch gut. Oh ja, das ist sehr gut. Weil uns das ja RIP ist. Ja. 46er Sattel hatte der drauf. Tschüssi. Ich habe noch mehr. Aber ganz ehrlich, die heißen Rassismus, also die sind doch absolut, äh, die haben es auch absolut verdient geradet zu werden. Jo. Safe. Ja, also das sind noch 300 Slots. Das kriege ich nicht. Die Thames habt ihr hier gerade gar nicht gesehen, aber die hatten auch massenhaft Tiere. Also das war ein Raid, der hat sich richtig krass gelohnt. Und deswegen muss man immer alles aufmachen. Denn auch wenn man denkt, oh, da stehen nur zwei Turrets, ob die was haben. Ja, das erspart uns stundenlange Arbeit an Farmen, was wir hier aus der Base so schnell rausgeholt haben. Ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Raid wieder mit am Start. Wenn es euch gefallen hat, denkt an den Daumen und ciao, ciao.